Die Runde daheimend, reingehend! Die Runde daheimend, reingehend! Stand by me! Der Effekt fällt mir auf Summon eine Rescue Ace Spell, außerdem, wenn du den Monster Effect auf dem Feld aktivierst, kann ich ihn von Hand oder Feld Tributen um einen Rescue Ace aus Hand zu sprechen, außer Monster mit dem selben Namen. Okay, ähm, Chain, Target, find ich auch, ähm, äh, kommt auch auf den Weg, ja, okay, ein Set, also, wenn du den Helmet oder zum Beispiel, das wäre heiße Summon, okay, und den Dage eigentlich nutzen, M-Gage, für den Training. Das finde ich zwei, ähm, ja. 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 Hm, äh, kein Problem, ja, ich würde ja sagen, das würde ich meinen, hm, ähm, ich die Bist und eine, also, es passen schon mal, oder? Ich kann Ihnen ein Monsterdiskuss haben. Dann kommt ein Monsterdiskuss. Dann kommt ein Monsterdiskuss. Endfest. Joe? Willst du noch auflegen? Alles gut. Ist das bei mir? Ja. Willst du noch einen? Das ist ein Sonntire. Ich habe gesagt, dass du mit Monsterdiskuss auf den es ganz guckst. Und ich kann das vom Monsterdiskuss von Monsterdiskuss. Und ich kann das durch Effekt von Monsterdiskuss. Ja. Der ist einMadester... Dann haben wir sechs Sekunden. Ich aktiere die. Sie wollen, jetzt machen die. Ich möchte 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 die. Ich würde nur klar machen. Ich aktiere mir nicht. Ich sollte die. Ich möchte die. Ich würde alle. Es rückt sich an den Monster-Bahn. Ich möchte die. Was für ein Backplay von ... ... ist, warum wir ... ... kann ich ... ... Attraction ... ... Amazement Monster Search ... Mit der kannst du eine Kranze zerstören ... in deinem Spiel zu tun, ja? Also, wenn ... ... Attraction ... ... ist, wenn du das Monster kommst, ... kannst du den Geist von Monster Search ... ... das ergriff sich als allererster ... ... und dann ... ... Resolve the Chain ... ... das er nicht gerne ... ... ... der Kranze zerstört ... ... und dann ... ... die ... ... ... ... ja dann ... ... ... ... ... ... ... Der sagt, wenn ein Projekt aktiviert würde, kann ich das heranzhaben. Wenn du ein Monster normaler oder Spezialist spürst, kann ich sein Effekt aktivieren. Im Moment, da wollen wir eines der Monster targeten. Dann musst du wieder anfangen. Füge. Das wollen wir noch ein bisschen. Es ist eine Art von der Frequette. Ist der Fertig? Er heißt, das ist eine Sektion, du hast du? Ja, ich muss dir, ich muss dir nichts sagen. Wenn du einen Monster-Effekt auf dem Feld aktivierst, kann ich ihn aus Hand oder Feld zuguten und einen Rescue Ace Maschinen-Monster vom Deck special. Dann auf Resolution würde ich gerne Rescue Ace Fire Engine aktivieren, weil ein Rescue Ace Monster gespecialt wurde, kann ich ihn aus Hand special. Also genau, wenn er aus special wurde, darf ich ihn aus Hand special kommen. Der sagt jetzt, wenn du eine Karte deiner Hand hinzufügst, außer durchziehen, darf ich zwei Karten ziehen und eine abwerfen. Der sagt, wenn du ein Monster-Specials, darf ich einen Level 4 der niedriger Rescue Ace vom Deck special. Und was zu enden? Ich überlege ich. Also ich kann ja enden oder special nicht. Ja. Ja. Erschluss. Ja. Erschluss. 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 Was ist der Fertig? Was ist der Fertig? Das war so cool. Und jetzt, wenn du Monster Effect auf dem Feld aktivierst, darf ich ihn tributen, um einen aus Hans' Special in 1 SGS. 1700? Ja, meint sieben, meint sieben. Der Effekt muss hier. Wenn ich einen Monster Effect auf dem Feld aktiviere, ne? Der Effekt? Ja. Der Effekt? Ja. Der Effekt? Der Effekt? Der Effekt? Du bist in deinem Turn 1. Ach, sorry, ja. Okay. Pass? Ja, perfekt. Hatte ich auch nicht genug. Ich habe gar nicht mehr gecheckt. Stand by me. Okay, dann aktiviere ich Rescue, um Impulse zurückzuspatchen vom Grave. Dann Effekt Impulse auf Chang'in, dass er diesen Zug seinen Effekt nicht aktivieren kann. Okay. Ja, jetzt mal. Ja. Jetzt noch mal, ich setze das durch. Ich habe ihnexchent. Ich brauche, ich brauche das. Ich habe einen Alert, um was für Gravesoul zu adden. Ich habe einen Air Lifter zurück. Normal Air Lifter, Schilling 1, Air Lifter, um Minus Bell zu adden. Schilling 2, Fire Attack, um sich aus der Hand zu sprechen. Während du ein Monster kontrollierst, bekommen meine Rescue Ace, Monster 500, Deckard und Death. Ich kriege einen extra Normal Sum auf Rescue Ace Monster. Und, once per turn, kann ich 4 Rescue Ace Karten von Graves oder Banished zurückschaffeln, um eine Karte zu ziehen. Wir haben ja auch gefragt, anstatt die Kosten von den Fekten zu bezahlen, wir haben die Kosten von den Fekten zu bezahlen. Hier, das zeigt schon eine Frage, dass die Kosten von den Fekten zu bezahlen wurden. Stattdessen zwei Karten zu bezahlen. Auf Wiedersehen. Spannung ca. schon auf Bravo,ho imposed Erular. und ich nehme jetztию Frage an, dass er die Kosten der Tasche von Gerät beim Norden либо indulge twisted. Die sind alle Feuer, ne? Ja. Schießt euch deine beiden nicht so aus. Ich kann hier nicht drauf reagieren, ne? Genau, du kannst nicht darauf reagieren. Den Effekt hast du aktiviert, ne? Genau, ich hab gesagt, dass du seine Effekte nicht aktivieren kannst. Ja. Also den Protect-Effekt könntest du mit... Echt? Ja, weil es kein aktivierter Effekt ist. Also du musst doch... Musst du nicht einen Monster von Frito verbarmen dafür? Ja doch, musst du. Okay, das ist kein aktivierter Effekt. Genau, also den schießt wir dann. Den kannst du decken, ja. Dann Turbulenz. Ich spische den aus Hand, nämlich zwei Rescue SKM verband. Okay. Ich habe Feedswell, Effekt Feedswell, Schuffle Deeppoint und... Und jetzt... Die vier? Neun jetzt die zehn. Ja. 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 Dann Effekt Turbulenz, um vom Deck zu setzen. Das sind vier... Quickspails oder... Also Rescue SKM, Quickspails oder Normal Trips. Verschiedene. Ja. 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 Die kriegen, wenn ich den Einser von denen kontrolliere, den Hydranten, kriegen die extra Effekte. Okay. Kontrolliere ich jetzt gerade nicht, aber nur für den Fall. Die Reborn kann dann auch bei dir Reborn aus deinem Grave. Der Addback kann auch vom Deck adden. Die Impalm sagt, dass sie dann auch genug Material ist. Also das Monster kann nicht für Link, Exis, Synchro benutzt werden in dem Zug dann. Ähm. Die Impalm sagt übrigens auch, dass du das Monster nicht angreifen kannst. Mhm. Und der Schuss sagt, dass du die Effekte von dem Monster in dem Zug dann nicht benutzen kannst. Ja. 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 Aber besser. Wertelface mit 3, 5. Starte der! Stopp! Der hat gerade. Der hat 3, 4 glaube ich jetzt. Achso. Der hat 3, 4. Ok. Dann mit dem. Ähm. 5, 3, minus 4. Wem machst du den? 4,9. Achso. Nee. 4-3 ist nochmal mit Lenk 2, ich denke mal. 4-3, also 3-9. Er verliert, er verliert auch. Genau, 3-9 versus 3-4 sind 500 Schaden. Und 3000 direkt. 3-5 Schaden. 3-5 Schaden. Dann das du. Bro? Ja. Stand by me? Ja. Ich glaube Trusting. Okay. Rescue um den zurück zu Special. Also erstmal Trade 1. Nein, ich weiß nicht. Also der Special Psycho kann sich danach direkt die Quick-Tippe machen. Okay. Und Snowfio macht Snowfio. Mhm. Dann sein Effekt um das Bait zu enden. Ja. Das war der mit dem Monster-Effekt, ne? Ja. Aber wenn du einen Monster-Effekt machst, kann ich Interboot um ein Rescue ist das Hans' Special. Ja. 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 Dann, warte. Ja. Na, dann. Der sagt jetzt noch, dass wenn du eine andere Karte von mir, das Feld durch den gegnerischen Karten-Effekt verlässt, kann er eine Karte schießen auf dem Feld. Ansonsten kann er halt sich Summonen, nämlich zwei Rescue-Ace-Karten von Hand, also von Hand Summonen, nämlich die von Brave-Verband und dann kann er während meiner Mainphase vier Swell-Traps setzen, Quick-Play oder Normal-Traps. Das Schlimme ist, dass das Deck sogar nicht weitergeben wird. Das ist ein Schlimme. Ein Effekt Target-Effekt. Was ist das? Ja. Ja. Schmiedereffekt. Target. Ja. Maxi-Effekt. Target Monk und Tai-Tai. Target Monk und Tai-Tai. Tai-Effekt. Ja. Wie gesagt, das Deck verliert nicht so hart, wenn du so gut hinschliest, kannst du das recht. Der ist einfach wegen der 6-Effekt-Doc von Netflix. Ich habe noch viel Effekte. Ich brauche einfach die ganze Beleisterung. Ja. 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 Das ist ja das Geile. Ich hab zwar sowas schon von Action, aber das ist egal. Mein Name war super. Das ist so... Das stimmt, das stimmt. Aber es ist so... Geile Idee. Also mach hier. Willow-Anker-Fanzig. Was? Ich schließe noch ein paar... Ich schließe noch ein paar... Äh... Das ist so eine... Ich weiß nicht. Das kann man angreifen. Die kannst du ja in der Kompos spielen. Nur Pendelhof kommt dann zu Pendelhof. Kannst du die aktivieren? Kein Spieler kann das vorstellen, außer Pendelhof. Also... Nee, Pendelhof ist hier schon. Das heißt... Das heißt... Das heißt... Das heißt... Das ist auch Pendelhof. Also... Das ist wirklich... Irgendwas... Ich glaube, das ist über eine Karte, die man in dem ist. Ja... Das hört sich gut. Aber ich muss da irgendwo ein Haken sein. Das heißt... Das ist nur Pendelhof. Wie hast du damals gespielt? Das ist ja gut. Ach ja... Ach ja... Das heißt... Der muss sich zerstören irgendwie. Ja... Du kannst den Vortex nicht machen, weil der ist viel... Und zwar... Du kannst den Vortex nicht machen. Du kannst den Vortex nicht machen. Du kannst den Vortex nicht machen. Du kannst den Vortex nicht machen, weil du Blackout die Banning sagt. Ja, hätte ich eigentlich. Aber... Ja doch... Ja doch... Ja... Vorurige Geschichte. Ich hätte das aber... Ich dachte die ganze Zeit, wir würden den Gäben... In der zweiten Runde. Beim ersten Zug. Da hätte ich niemals Liebe schmolten. Channing und... Ja... Ja... Scheiße... Du gehst mit Vetterdasse, ne? Oder so? Ja... Ich weiß, er hätte auch zweite Runde. Ich hab Anti-Spell und Vetterdasse... Ja...